Musik Lass uns mal Berlin und Köln zu einer Stadt zusammenlegen. Wieso? Ich mag es, wenn alles so bleibt, wie es gerade ist. Lass uns doch mal die erste ständige elektrische Straßenbeleuchtung am Potsdamer Platz installieren. Wieso? Ist doch schon hell genug hier. Lass uns doch mal sozialen Wohnungsbau machen, in Hufeisenform. Na klar. Und das wird dann auch UNESCO-Welterbe oder was? Wollen wir nicht Berlin zur Hauptstadt machen? Warum das denn? Wollen ist doch toll und mitten im Westen. Lass mal den neuen Reichstag mit Folie verhüllen. Tja, sonst geht's gut, ja. Da machen wir dann ein Kunstprojekt draus. Oder wie? Lass mal das Tempelhofer Feld gestalten. Mit bezahlbarem Wohnraum und einer Freifläche so groß wie 200 Fußballfelder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.